Ich mag es, wenn Figuren etwas Ungewöhnliches haben. Wenn sie einen ungewöhnlichen Ausdruck haben oder eine ungewöhnliche Anatomie. Eine Figur kann wahnsinnig gut und schön gebaut sein. Der Zauber entsteht erst durch die Animation auf der Bühne. Sie ist immer noch tot, solange sie nicht animiert wird. Das heißt, eigentlich verdienen die Spieler und die Sprecherinnen der Figur viel mehr diesen Preis, da sie eigentlich erst den Zauber auf der Bühne entstehen lassen. Am Figurentheater liebe ich den Umstand, dass Animation, die Verlebendigung von einem Material oder einer Figur auf der Bühne, Empathie bei den Leuten hervorruft. Also eigentlich auch Zuneigung und Liebe. Das trägt sich dann weiter und das finde ich das Tolle an dieser Theaterform, dass das im Menschen entsteht. Mein Name ist Marius Coop. Ich bin Theatermacher, Figurenspieler und Figurenbauer. Ich bin Theatermacher, Figurenspieler und Geist.